Was machst du so selber, privat? Ich hab einen Hund. Hund? Wie alt? Fünf. Fünf? Wie heißt der? Paula. Und dürfte ich mit dir mal Gassi gehen? Mit dir? Ja. Also würdest du machen? Ja. Mein Hund sein? Ja. Er hat Augenkontakt. Er hat Augenkontakt. Es kommt als Truck. Okay, bell mal. Soll ich bellen? Ja, bell mal für mich. Was denn? Finde ich toll. Gefällt mir.